So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zum Kennerspiel des Jahres 2019. Herzlichen Glückwunsch an Flügelschlag, an Elizabeth Hargrave und an Feuerland als Spieleverlag, die das Ganze gemacht haben, produziert haben, eben auch dafür gesorgt haben, dass das Spiel in dieser hochwertigen Qualität eben dann auch in Deutschland auf den Markt kommt. Also das ist auch ein Spiel, man packt das aus und denkt sich schon gleich, wow, die Komponenten voll toll. Man nimmt das Regelheft in die Hand und denkt sich, wow, das fühlt sich so ein bisschen leinenmäßig an. Da hat man wirklich das Gefühl, was richtig schön hochwertiges gekauft zu haben. Die Elizabeth Hargrave, die hat ja auch den Best Newcomer Award bei den Berlin Awards gewonnen, wo ich auch in der Jury war und sie war dann eben auch heute auf der Bühne und hat erzählt, dass sie eben auch eigentlich schon gerne mal gespielt hat, aber irgendwie auch immer die Themen haben sie und ihre Freunde aber nicht so interessiert. Und sie ist halt auch so Ornithologin oder eher, na nicht wirklich Ornithologin, sondern eher auch so Vogelkundler, mehr so, oder Birdwatcher nennt sich irgendwie dieses Hobby, das gerade auch ziemlich im Kommen ist. Und das hat sie dann eben als Idee für ein Spiel aufgegriffen und hat da halt so in vier Jahren ein Spiel draus entwickelt, das eben einfach rund ist, das funktioniert, das eben zugegebenermaßen ein kleines Eierproblem hat. Bei der letzten Runde ist ja eigentlich die einzige Strategie, in der Regel ganz viele Eier zu nehmen. Es kann natürlich auch manchmal andere Möglichkeiten geben, dass man da mehr Punkte für bekommt, aber in den Partien, das waren auch schon einige, die ich gespielt habe, in gefühlt einem von zehn Fällen war es sinnvoll in der letzten Runde, was anderes zu machen als diese Eierstrategie. Aber ich finde, es ist eben auch ein schönes, weil es eben dieses Engine-Building ist. Man baut sich das auf, am Anfang kommt es so langsam aus dem Quark, man denkt sich, oh Gott, das ist ja gleich schon wieder vorbei. Und hinten raus kann man immer mehr Sachen machen. Da hat man eben auch so Ketten-Effekte, versucht auch ganz toll, sich das so zusammenzupuzzeln, dass es gut zusammenpasst. Und das ist eben auch ein Spiel, das auch durchaus Leuten, die schon mal was spielen, aber mit diesen, sag ich mal, härteren Spielen, wobei das für uns viel spielt natürlich auch eher auf den unteren Niveau ist, die kommen da rein, die haben Spaß dran, die haben auch teilweise das Thema, finden halt auch, also viele Spieler sagen so, Vögel, weiß ich auch nicht, aber auch viele Gelegenheitsspieler sagen halt auch, oh, cooles Thema, kenne ich so noch gar nicht, dass es darüber auch Spiele gibt. Auch, habe ich auch schon erlebt, so teilweise gerade so ein bisschen ältere Leute, die sagen halt auch so, oh, dieses Vogel-Thema, das finde ich viel toller, als hier so Geballer im Weltraum oder so oder auch Händler im Mittelmeer. Ich finde es dann eben auch schön, dass so dieses Naturverbundene aufgegriffen wird. Und ja, also ich bin mit der Wahl eigentlich auch vollkommen zufrieden. Es war jetzt ein Favoritensieg tatsächlich in beiden Kategorien. Ich habe vorher eigentlich vermutet, dass die beiden gewinnen würden. Und ich muss zugeben, ich persönlich hätte mir tatsächlich Detective gewünscht, weil ihr wisst ja, ich mag solche Crime-Krimi-Detektiv-Spiele. Und das war damals bei Time Story schon ein bisschen das Problem. Das hat ja nicht gewonnen. Und dann gab es irgendwie, eigentlich sollte es ja so pro Quartal, glaube ich, ursprünglich mal einen Fall geben oder zumindest zwei pro Jahr. Irgendwie meiner Wahrnehmung war das dann gefühlt nur jeweils so einer pro Jahr oder vielleicht manchmal zwei pro Jahr. Und auch dann so qualitativ, naja, hätte man ein bisschen mehr machen können. Ich glaube, das Spiel hätte sehr stark davon profitiert, wenn es Kenner-Spiel des Jahres geworden wäre. Dann hätte es sich mehr verkauft. Die Leute, auch die Firma hätte mehr Geld gehabt, da reinzustecken. Und das wäre auch noch ein bisschen länger auf hohem Niveau gelaufen. Das wäre bei Detective, glaube ich, auch der Fall gewesen. Aber ich weiß jetzt schon, dass da eben auch ganz viele Fälle noch kommen sollen. Das ist eben ein gutes Produkt, das gut läuft. Wo, wie sage ich, die Spielmechanik an sich ja auch eher ein bisschen bescheiden finde. Aber die Story dahinter echt gut. Also eigentlich hätte auch irgendwie den Preis dafür eher der Story-Writer bekommen müssen als der Autor des Spieldesigns. Aber gut, das ist ja mal so ein bisschen Hand in Hand. Ich weiß auch nicht, welchen Einfluss der da wirklich drauf hatte. Und Carpe Diem spielerisch wahrscheinlich sogar das Beste der drei Spiele. So, wenn man so von dem klassischen deutschen Brettspieler, der sich auskennt, ausgeht. Ich glaube, den holt Carpe Diem tatsächlich am besten ab, weil das auch so diese verschiedenen Währungsmechanismen hat. Und so ein bisschen Plättchen legen gezielt. Das ist schon durchaus schick. Großes Thema ist ja immer die Illustration. Da kann tatsächlich die Grafikerin auch relativ wenig für, weil die hat den Auftrag relativ kurz zu knapp bekommen, hat einen enormen Druck vom Verlag. Und dann wird das halt so gemacht. Also da würde ich persönlich auch fast schon eher sagen, da hat Ravensburger vielleicht... Ich denke, ich hoffe, dass sie daraus gelernt haben werden und wir dieses Carpe Diem Gate so in der Hinsicht des Grafikdesigns nicht wieder erleben. Aber tatsächlich ist es auch nicht so schlimm. Also für mich als Farbenblinder ist das tatsächlich ein bisschen schwer spielbar. Für alle anderen sieht es vielleicht nicht ganz so hübsch aus, aber es ist absolut spielbar. Man kann das ohne Probleme auf den Tisch bringen und auch mit Leuten spielen. Also da sehe ich persönlich überhaupt gar kein Problem. Von daher hoffe ich, weil auch wenn man sich so das Cover anguckt zum Beispiel, das sieht auch schon schick aus bei Carpe Diem. Das sind noch viele Details und so. Das mag ich sehr. Deswegen hoffe ich eben auch, dass die Grafikerin durchaus nochmal Folgeaufträge bekommt. Die kommt ursprünglich, glaube ich, aus der Videospielindustrie und eben nochmal in einem anderen Spiel zeigen kann, was sie richtig so kann. Das würde mich schon sehr freuen. Und ja, dementsprechend bin ich mal gespannt. Also es klang auch bei der Elizabeth Hargrave so, dass es eben halt einfach so ein Projekt aus Leidenschaft, aus so, ne, ich mach mal ein Hobby zu einem Spiel war. Daher, sie hatte auch, glaube ich, schon Kickstarter zum anderen Spiel. Mal gucken, ob sie jetzt wirklich so die große Autorenkarriere einstiegt oder ob das jetzt eben so ihr Ding, ihr Baby war. Sie nebenbei nochmal so hobbymäßig ein paar Spiele macht und ob das nochmal wieder so groß wird oder nicht. Das werden wir sehen. Das ist ja immer spannend in der Spieleszene. Die Preisvorlagen war auch echt schick gemacht. Also da gab es dann hinten so ganz viele Stände, wo so die ganzen Spiele aufgebaut waren, wenn man sich die nochmal angucken konnte. Wobei natürlich ungefähr alle, außer die Leute von der richtigen Presse, von Film und Fernsehen, kannten die natürlich schon. Ich glaube, da war eigentlich die Kultur-Kultusministerin von Berlin und hat auch eine sehr schöne Rede gehalten. Hier wird ja wahrscheinlich geschrieben worden sein, wo eben auch diese ganzen Details, so die Verkäufe von Spielen zum Beispiel drin waren. Und ja, war einfach eine runde schöne Versammlung. Ich muss mal gucken, ob ich nächstes Jahr wieder dabei bin. Wahrscheinlich nicht. Also es ist halt mit der Berlin-Kont zusammensprich. Man kann am nächsten Tag noch hin. Das ist auch mal ganz schön, die ganzen Menschen aus der Branche zu treffen, weil man kennt sich irgendwie. Man katscht auch dann eben da nochmal mit Leuten, die man sonst eben nicht sieht, weil natürlich alle Blogger und Verlager und so über ganz Deutschland verteilt sind. Gut, das war es von mir zum Kennerspiel des Jahres. Ich bin zufrieden damit. Schreibt gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und dann, ja, ich muss mal gucken. Ich habe jetzt Zeit im Seminar. Tagsüber. Abends bin ich dann mal zum Spielen verabredet. Muss mal gucken, wie das hier ist, wenn es draußen dunkel ist mit dem Licht. Dann werde ich auf jeden Fall noch einen Bericht zur Berlin-Kont machen. Angezockt zur Berlin-Kont. Ich bin da wie üblich. Ihr kennt das von mir. Ich erzähle dann immer so jetzt gerade relativ viel. Ich habe da nicht irgendwie groß Videos gemacht und so Videoreportagen, sondern ja, habe so zwei, drei Fotos gemacht. Die zeige ich euch dann. Vielleicht könnt ihr auch auf Instagram euch angucken. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein gutes Wochenende. Ich bin froh über die Gewinner. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet für die Woche, wo ich weg bin. Bis bald und tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.